Hallo. Hast du auch schon gemerkt, dass ständig und überall geredet wird? Pia ist das heute beim Busfahren aufgefallen. Dort haben sich viele Menschen unterhalten. Als sie nach Hause kam, redete ihre Mutter mit der Nachbarin. Dabei fiel ihr auf, dass einer immer etwas länger redet. Der andere muss dann auch einfach zuhören. Das kann Pia noch nicht so gut. Ihre Mutter sagt ihr oft, dass sie nur halb zuhört. Wie man aktiv zuhört, lernen Pia und du heute. Wenn Pias Mutter sagt, dass Pia nur halb zuhört, ist Folgendes gemeint. Der Zuhörer ist in Gedanken und hört dem Sprecher nicht richtig zu, obwohl der sogar direkt neben ihm stehen kann. Dann träumt man vor sich hin und kann nicht jeden Satz Wort für Wort folgen. Das passiert zum Beispiel, wenn man den ganzen Tag viel zugehört hat, wenn der Sprecher sehr komplizierte Wörter verwendet oder wenn man mit anderen Sachen abgelenkt ist, wie Fernsehen, Musik hören, Lesen oder Spielen. Dann hört man nur noch halb zu. Man kann sich nicht mehr so richtig auf eine Sache konzentrieren. In der Schule und bei Gesprächen mit Freunden oder Eltern ist es wichtig, dass wir einander aktiv zuhören. Das heißt, dass wir uns darauf konzentrieren, was ein anderer sagt. Hören eben nicht nur halb, sondern ganz zu. Damit zeigen wir, dass uns das, was uns erzählt wird, interessiert. Aber wie genau hört man aktiv zu? Dafür gibt es diese Regeln. Wende dich deinem Gegenüber oder Gesprächspartner mit dem Körper zu. Schau denjenigen an, der spricht. Man sagt auch, halte Blickkontakt. Zeige Interesse, indem du zum Beispiel ab und zu nickst oder zustimmst. Du kannst zum Beispiel auch Ja, aha, hm, genau oder ach so sagen. So weiß dein Gesprächspartner auch, dass du ihm noch gut zuhörst. Wenn du ein Wort oder einen ganzen Satz nicht verstehst, dann frage lieber nochmal nach. Wenn du etwas Schönes hörst, dann kannst du lächeln. Der andere weiß dann, dass du gut zuhörst. Stelle Fragen, die dich zum Thema interessieren. Auch das zeigt, dass du aufmerksam bist und aktiv zuhörst. Gute Fragen kannst du nämlich nur dann stellen, wenn du gut zugehört hast. Lass dich nicht ablenken. Versuche wirklich nur die Person anzuschauen, die gerade spricht. Das hilft dir dabei, mit den Gedanken nicht irgendwo anders zu sein. Spielzeug lässt du am besten zu Hause. Das wartet ja da auf dich. In der Schule lenkt es zu sehr vom aktiven Zuhören ab. Heute hast du gelernt, wie man aktiv zuhört. Ein paar einfache Zuhörregeln helfen dir, deinem Gegenüber besser zuzuhören. Das ist wichtig, damit sich andere Menschen respektiert fühlen, aber auch, um wichtige Informationen in der Schule nicht zu überhören. Für den nächsten Test bist du dann auch besser vorbereitet. Versuche es doch gleich heute mal mit den Zuhörregeln. Auch Pia möchte jetzt nicht mehr nur halb, sondern lieber aktiv zuhören. Bis zum nächsten Mal!